yo leute was geht ab bei einem neuen video und ich bin hier mit meiner cousine sag erstmal hallo hallo und heute gibt es ein abo special erst mal danke für zehn abonnenten das sind die ersten zwei zahlen zusammen und es gibt verschiedene teile dafür und ich hoffe die die videos werden euch gefallen was ist denn los irgendwie habe ich die ganze zeit dort im wald komische geräusche also wirklich so richtig komisch als ob irgendjemand abgestochen wird oder irgendwie so was ist das das ergibt doch kein das ergibt doch keinen sinn lasse mal zusammen gucken okay okay wir haben jetzt die sache gepackt ich habe noch meine waffe mit mein zauberstab ja langsam aber langsam ich gucke mal hier so drüben und du mal dahinten ja okay aber wir dürfen uns bloß nicht verlieren ja nicht dass jetzt irgendwas irgendwie hier passiert mein gott ich habe da ein erdiamant gefunden was ist das keine ahnung was für ein ordner wie soll was hört sich an wie kanonen ja wirklich ja wirklich ne und hier sind überall diamanten was haben wir uns für ein zeltchen ausgesucht das stimmt hä ich sehe da was dort das sieht aus wie böller das sieht total aus wie böller oh nein das sieht voll aus wie böller oh mein gott hä da ist ein brief da steht lust auf ein spielchen wer meint das jetzt das ist jetzt ernst gruselig bisschen komm schnell zum zelt ja schnell aber ne okay ich bin hinter dir falls wir jemanden sehen werden wir ihn sofort abballern wir müssen irgendwie hier so eine kamera ausstellen oder so ne ja das wäre eine gute idee ja oder so ne fotokamera die filmt wenn einer wenn er sich hier etwas bewegt habe ich recht also ich habe jetzt hier eine kamera und ich denke ich werde sie in meinem zelt hier eben schnell einstellen geil so falls jetzt jemand reinkommen sollte dann sehen wir es ja wir haben ja zum glück ein computer mitgebracht ne ja ich gehe jetzt ein bisschen weiter schlafen weil es ist echt schon ja wirklich ja guck mal guck mal hier überall sternen schon ne ja ich gehe jetzt mal wieder schlafen und irgendwie ist es gar nicht kalt weil wir ein lagerfeuer haben zum glück ok so es ist jetzt schon langsam mal wieder morgen geworden ja so ein kurzer schlaf irgendwie das ist halt auch so ja wirklich hä warte ich mal erlösch erstmal das ne das feuer ist ja schon aus so schlimm weg in der nacht ähm hä da steht ein brief wieder echt jetzt ja da steht etwa entweder ihr spielt mit oder etwas schlimmes passiert ok wir spielen lieber mit oder warte 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 erstmal wir müssen doch erstmal gucken ob ähm auf unser computer was drauf ist mit der kamera du weißt ja ok ich mach das eben schnell ok er wie haben wir nachguckt aber er wie ist nichts drauf habe ich recht aber irgendwelche geräusche waren hier in der nacht als ob hier irgendjemand immer rumläuft ja wirklich ne ich verstehe es einfach nicht alter was wollen wir jetzt machen wollen wir einfach mitspielen ich denke ja weil da sagte ja etwas schlimmes passiert soll ich vielleicht da so einen brief ähm hinschreiben dass wir mitspielen ja ok ich mach das eben schnell die anderen sind voll fies zu uns die schreiben uns fiese kommentare auch aber eher wie eins ist voll gruselig dort beim feuer oder so ne ja ok ähm wollen wir jetzt erstmal in den park ein bisschen rumspazieren ja gute idee ja bevor er damit er antworten kann ne ja warte wo ist dein Kollege nochmal der park da ein bisschen im wald drin das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen angst das ist irgendwie gruselig ja wirklich guck mal hier ist so ne hütte irgendwie oh Philipp ich hab einen neuen Brief gefunden ich hab einen Brief gefunden was nein komm schnell hier raus ich komm ich komm ich komm ich komm da stehe ich genau da ok ich komm ich seh dich hier was er geschrieben hat gute entscheidung erstens er nennt mich Game Master nicht anders oh mein Gott oh Gott ich hatte schon mal ein YouTube Video über Game Master gesehen verfolgt du uns etwa sogar auf Blockstar Planet jetzt im Ernst siehst du den Game Master dort siehst du den Game Master dort komm zu mir komm schnell zu mir ok ich komm zu dir das ist 100 pro ein Game Master 100 pro oh mein Gott 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 die